Die wichtigsten News gibt es heute direkt mal vor dem eigentlichen Video, um hier kein Clickbait oder sonst was zu machen, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Der Schauspieler von Black Panther, Chadwick Boseman, ist am Samstagmorgen, also unserer Zeit Samstagmorgen, im Alter von 43 Jahren verstorben. Er kämpfte vier Jahre lang gegen den Krebs an, was in der Öffentlichkeit nicht bekannt war. Und auf Twitter schrieb seine Familie auch noch unter anderem, es war die Ehre seines Lebens, Prinz T'Challa zum Leben zu erwecken zu dürfen. Ob und wie es mit Black Panther jetzt im MCU weitergeht, ist noch völlig unklar. Ich habe gestern mal im Internet geguckt, ob ich irgendwas finden kann, aber dazu wurde noch keine Stellung bezogen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hiermit mit Black Panther im MCU vorbei ist und dass Marvel Studios nicht diese Rolle neu besetzen wird. Sollte es irgendwelche neuen Informationen dazu geben, werde ich sie euch natürlich mitteilen. Und jetzt noch einmal alle zusammen, bevor es jetzt ins Video reingeht, ein letztes Wakanda Forever. Jetzt kommt ein weiteres Video von Average Man. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es seit langem nochmal die Nerd News in einer Filmspezialvariante, wobei wir auch ein bisschen Serie drin haben. Wir haben verschiedene Themen. Heute einmal einen neuen Marvel-Schauspieler, der gecastet worden ist. Wir haben den Titel von Spider-Man 3. Wir haben Power Rangers und eine neue Serie auf Disney Plus, womit wir direkt mal rein starten. Die soll am 25. September auf Disney Plus anlaufen und soll heißen Secret Society of Second Born Royals. Und das soll eine Superhelden-Serie sein, beziehungsweise eine Serie mit Leuten mit Superkräften. Ich habe verschiedene Trailer davon gesehen und es sah eigentlich relativ interessant aus. Gab es so eine Schule oder so. Und da geht es halt um Thron-Nachfolger, die dann halt Superkräfte haben. Was es genau damit aussichert, weiß ich nicht. Am 25. September soll es auf jeden Fall auf Disney Plus anlaufen. Dann haben wir ein Gerücht von einem neuen Marvel-Schauspieler. Nämlich soll Shia LaBeouf gecastet worden sein. Ja, er soll gecastet worden sein, entweder als Schauspieler für die Moonlight-Serie, die ja schon bestätigt worden ist. Moon Knight, nicht Moon Knight. Oder als Iceman für kommende X-Men-Filme. Jetzt mal die Frage an euch. Wo könntet ihr Shia LaBeouf eher sehen? Als Iceman? Oder doch eher als Moon Knight? Ich könnte mir tatsächlich in beiden vorstellen, wobei ich Moon Knight, glaube ich, noch so ein bisschen mehr fühlen würde. Dann haben wir aber auch noch Spider-Man 3. Und wir haben ja bis jetzt alle Spider-Man-Titel im MCU gehabt. Homecoming und Far From Home. Soll ihr so ein bisschen darauf anspielen, dass Spider-Man wieder zurück nach Hause gekommen ist. Nämlich zu Marvel Studios. Und jetzt soll der dritte Filmtitel Homesick heißen. Das ist noch nicht offiziell bestätigt, sondern es ist ein Gerücht. Ist aber von vielen Quellen mittlerweile schon so durchgesickert. Würde ganz gut ins Thema passen, denn als Titel Homesick würde darauf anspielen, dass er halt sich die alte Zeit zurückwünscht. Er hat Heimweh nach der alten Zeit, wo niemand wusste, dass er Spider-Man war. Oder vielleicht sogar vor die Zeit, wo überhaupt Spider-Man geworden ist. Weil jetzt, wo jeder weiß, wer Peter Parker ist, beziehungsweise wer Spider-Man ist, nämlich Peter Parker, durch James Jonah Jameson, ist das Ganze problematisch geworden. Weil er ja auch Hate verbreitet hat rund um Spider-Man. Und deshalb könnte es natürlich eine sehr schwierige Gesellschaft jetzt für Spider-Man werden. Und da würde Homesick halt ganz gut reinpassen. Nämlich wegen Heimweh nach alter Welt. So könnte ich es mir zumindest vorstellen. Dann gab es eine neue Season in Fortnite. Ich nehme das auf, bevor diese neue Season rauskommt. Deshalb habe ich halt noch nicht ganz so viele Infos. Eine mächtige Kooperation mit Marvel und Fortnite. Und zwar Dark Winter. Da soll eine neue Season rauskommen, beziehungsweise da kommt die neue Season raus. Und da soll es um Dark Winter gehen. Wir haben Thor dabei, wir haben Galactus dabei. Dementsprechend folgen viele Skins und eine eigene Storyline im Marvel-Comic-Universum mit Fortnite drin. Ist sehr, sehr vielversprechend. Ihr könnt ja mal neue Infos in die Kommentare ballern. Weil, wie gesagt, ich nehme das vor der neuen Season auf. Und dann habe ich Neuigkeiten. Nämlich soll eine neue Power Ranger-Produktion starten. Die soll von Paramount Pictures produziert werden. Und, ganz wichtig, die soll halt mit CGI-Kostümen stattfinden. Wo ich jetzt ein paar Teaser-Bilder gesehen habe. Die wirklich vielversprechend aussehen. Und die soll halt ganz, ganz nah an die alten Serien angelehnt sein. Ich persönlich muss sagen, ich bin ein riesen Power Ranger-Fan. Beziehungsweise nur halt hauptsächlich von den alten Serien. Aber ich würde mir tatsächlich so ein Film-Reboot von den alten Serien wirklich sehr feiern. Der Power Ranger-Film, der vor ein paar Jahren ins Kino kam. Das ist nicht ganz so mein Fall. Aber trotzdem, so ein Remake oder Remastered-Ganze Sache von den Power Rangers würde ich schon fühlen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Lasst mich das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Also, lasst mich auch gerne unten in den Kommentaren mal wissen, wen ihr gerne als Power Ranger sehen würdet. Also, welchen Schauspieler. Und ich persönlich muss sagen, ich würde mich als Power Ranger schon sehr fühlen. Aber eigentlich darf ich über das Kostüm noch nichts verraten. Das ist ein neues großes Projekt auf diesem Kanal. Wo auch Team Comics-Wennser-Klash beteiligt sein wird. Also vergesst einfach, was ihr gesehen habt. Ja, und das war es eigentlich schon mit dieser kurzen, knackigen Marvel... Ne, nicht Marvel-News, sondern Nerd-News-Folge. Wo wir ein bisschen auf verschiedene Filmthemen eingegangen sind und das Ganze kurz und knackig durchgearbeitet haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ich sage tschau. Und bis dann!